So, dann würde ich sagen, wir fangen an. Ich begrüße Sie also zur heutigen Vorlesung TI und wir möchten heute mit speziellen Strukturen weitermachen. Das heißt, wir wollen also heute mal überlegen, wie können wir denn Wulsche-Funktionen über spezielle Strukturen implementieren? Und bisher hatten wir ja so eine zweistufige Realisierung von Schaltnetzen. Wir hatten erst die Und-Gatter, dann die Oder-Gatter oder umgekehrt, kurze Signallaufzeiten, immer nur zwei Gatter hintereinander. Und bei den Minimierungsverfahren haben wir uns dann überlegt, wir möchten möglichst wenig Gattereingänge und möglichst wenig Und- und Oder-Gatter. Das war dann die Minimierung. Dadurch wurde im Prinzip die Schaltung so klein wie möglich. Da gab es verschiedene Güte-Kriterien, hatten wir uns eben diese beiden überlegt. Das Problem war jetzt, ich hatte ja gesagt, in der Praxis haben Sie jetzt aber in der Regel solche Bausteine gegeben. Sei es, Sie haben die wirklich diskret gegeben. Das heißt also, Sie haben einfach eine Schublade voll mit Bausteinchen. Oder Sie haben einfach eine Bausteinbibliothek und möchten am Rechner damit entsprechende Funktionen realisieren. Und dann haben wir halt unterschiedliche Bausteinformate, zum Beispiel so ein AND3 oder AND4 oder OR5 und dann haben wir natürlich Probleme bei der Automatisierung. Das ist gar nicht so einfach, dann jetzt mit den gegebenen Bausteinen die Funktion optimal umzusetzen. Ja, und da müssen wir uns jetzt ein paar Dinge überlegen. Und da können wir ja vielleicht auf etwas generischere Bausteine gehen. Ja, wir möchten also anstelle von logischen Gattern und oder nicht NAND4 und so weiter, dann können wir jetzt komplexe Standardbausteine einsetzen. Und wir werden jetzt gleich mal sehen, wie ist das denn mit Multiplexern oder Demultiplexern. Die Coder ist dann ungefähr das Gleiche. Ja, der hat nur noch einen E-Blaingang mehr. Ja, oder wir gehen gleich auf Speicherbausteine. Bei Speicherbausteinen können Sie natürlich sagen, naja, das ist ja schon fast Betrug, wenn wir die Funktion über einen Speicherbaustein umsetzen. Klar, der kann das natürlich unmittelbar, aber das ist trotzdem manchmal eine ganz gute Lösung. Und wir können programmierbare Logikbausteine nehmen, PLAs, FPLAs oder PALs und die bekommen Sie auch für wenige Cent in jedem Bastelladen, können Sie also auch selber mal machen, dass Sie dann mal so eine logische Funktion realisieren können. Das ist dann oft einfacher und natürlich flexibler, vor allem dann, wenn Sie reprogrammieren können. Wir werden gleich mal die verschiedenen Bausteine kennenlernen. Manche können Sie reprogrammieren. Manche können Sie nur einmal beschießen. Wenn Sie sich vertan haben, muss das Ding eben weg. Dann können Sie es wegwerfen. Und jetzt ist die Frage, was heißt jetzt Minimierung? Ich habe ja gerade gesagt, was bedeutet Minimierung? Minimierung war ja, dass wir eben Anzahl der Gatter und Anzahl der hintereinander geschalteten Gatter minimieren. Hier möchten wir jetzt was anderes machen. Wir reduzieren also jetzt hier nicht Gatter, weil die haben wir ja vielleicht in genügend großem Umfang. Sondern was wir jetzt machen möchten, ist die Anzahl und Größe dieser komplexen Bausteine reduzieren. Wir werden gleich sehen, wenn wir Multiplexer haben, dann möchte man natürlich die Größe der Multiplexer minimieren. Und da können Sie schon mal aufpassen. Da kann ich Ihnen jetzt schon mal einen Hinweis geben. Achten Sie mal drauf, wenn wir gleich Funktionen realisieren mit Multiplexern oder mit Demultiplexern. Ob es da nicht vielleicht einen Unterschied gibt, das werde ich Sie gleich nochmal fragen. Ja und ja genau, wir wollen die Anzahl und Größe dieser komplexen Bausteine reduzieren. So und ein Multiplexer, den werden wir jetzt abkürzen mit MUX. Ja, das ist also ein Baustein, der hat mehrere Eingänge und einen Ausgang. Und was wir jetzt tun, das ist wie so eine Weiche. Wir wollen jetzt die Eingänge jeweils, also einen Eingang auf den Ausgang schalten. Ja und wir haben N-Steuerleitungen, das ist klar. Mit den N-Steuerleitungen können wir dann 2 hoch N-Eingänge auf den Ausgang schalten. Und beim Demultiplexer wird es genauso sein. Wir werden also immer Steuerleitungen haben, N-Stück. Ja und damit können wir natürlich 2 hoch N-Leitungen bedienen. Ja und vom Namen her können wir jetzt, da gibt es ganz verschiedene Namen, nennen wir den nach ihrer Größe als 2 hoch N zu 1 Multiplexer oder 1 aus 2 hoch N-Multiplexer. So werden wir die jetzt entsprechend bezeichnen. So, jetzt schauen wir uns mal den einfachsten Multiplexer an, den man sich so denken kann. Und zwar, wir wollen 2 Leitungen auf eine Leitung bündeln. Das ist ja die Idee von z.B. einem Multiplexer und dann jetzt der einfachste, den wir uns denken können. Das heißt, ich male jetzt mal ein entsprechendes Diagramm hin. Also so soll das Diagramm mal aussehen. Den nenne ich jetzt einfach mal Box 2 zu 1. Das heißt, er nimmt zwei Eingangsleitungen und bündelt die auf einen Ausgang. Das heißt also, ich habe hier hinten einen Ausgang A. Ich habe zwei Eingänge. Und jetzt muss man nicht weit denken, wie viele Steuereingänge ich denn jetzt brauche. Das heißt also, hier unten, das wären jetzt meine Eingänge. Und um zu entscheiden, ob zwei Eingänge auf den Ausgang gelegt werden, brauche ich eigentlich nur einen Steuereingang und der muss 0 oder 1 sein. Ich denke, das ist ziemlich klar. Wir werden gleich noch ein paar mehr machen. Und ich habe ja gesagt, 2 hoch N. Das heißt, dann haben wir dann hier den Steuereingang S. Ich habe das auch nochmal dazu. Das hier wäre Steuereingang. So, und das wäre jetzt die symbolische Darstellung von so einem Multiplexer. Jetzt können wir uns noch überlegen, wie sieht denn die entsprechende Funktion aus? Welche Funktion von 0, E1 nach A realisiert der denn jetzt? Und dann können wir uns ja überlegen, dass das A, das ist ja auf jeden Fall sowas wie E0 mal S nicht oder E1 mal S. Das wäre ein vernünftiger Ausdruck. Und ich könnte jetzt natürlich im Grunde genommen, könnte ich das auch umdrehen, das ist ja jetzt eigentlich egal. Ich könnte auch hier natürlich ein S hinschreiben und da ein S nicht. Ich möchte aber hier auf den Ausgang den einen oder den anderen Eingang legen in Abhängigkeit vom Steuereingang. Und das werden wir jetzt gleich noch etwas komplexer machen und dann werden wir es für demultiplexer machen. Und für demultiplexer sieht es ganz ähnlich aus. So, und jetzt müssen wir uns überlegen, können wir das ohne weiteres mit den bisher für uns verfügbaren Bausteinen, wie wir das bisher kennengelernt haben, denn eigentlich mal darstellen? Und das kann man und denken Sie mal mit, Sie können mir ja Hinweise geben. Ich male mal hin, was man wohl braucht. Also ich meine, wenn man sich diese Gleichung jetzt anschaut, was brauchen wir wohl? Wir brauchen hier zwei Undgatter, wir brauchen ein Oder und wir brauchen irgendwie eine Negation. Das heißt, das ist es dann auch schon. Die Frage ist jetzt halt, wie sieht das Ganze wohl aus? Brauchen wir erstmal zwei Undgatter. Das wäre das eine. Das wäre das andere. Das verundet jetzt die Eingänge mit dem entsprechenden negierten oder nicht negierten Steuereingang. Dann muss ich irgendwie das Ergebnis verodern. Das heißt, ich male hinten mal so ein Oder-Glied hin. Da haben wir immer gesagt, mit Größe gleich 1 wollen wir das repräsentieren. Und das heißt, ich gehe jetzt hier mal so rein und dann habe ich hier hinten meinen Ausgang. Naja, und dann ist es ja ziemlich einfach. Ich muss jetzt praktisch nur das S und das S nicht zuführen und die entsprechenden Eingänge. Das heißt, ich führe jetzt hier mal die Eingänge rein. Nenne die jetzt mal, ich habe es so rum gemacht, also E1 und E0. Dann kann ich oben nicht invertiert anfangen und das heißt, ich führe jetzt hier den Eingang, den Steuereingang S rein. Jetzt brauche ich hier eigentlich nur noch einen Inverter und der Inverter wird hier oben abgegriffen. Und dann habe ich entsprechend einen Multiplexer, den einfachsten Multiplexer, den man sich vorstellen kann. Ja, der nimmt also zwei Eingänge und legt die wechselseitig auf den Ausgang. Ja, ich hoffe, das ist noch klar, wird gleich noch komplizierter. Also S steuert, wenn S hier 1 ist, wird E1 durchgelassen, hier verodert. Ja, wenn S 0 ist, dann wird natürlich hier E0 durchgelassen und deswegen haben wir hier die entsprechende Funktion. So, und jetzt schauen wir uns mal an, wir wollen jetzt mal ein 4 zu, oder gibt es Fragen bis hierhin? Schauen wir uns mal ein 4 zu 1 Multiplexer an. Ist auch ziemlich einfach, ja, da haben wir auch noch eine etwas andere Notation, die dann hier vielleicht jetzt Sinn macht. Wir sagen, dass wir hier einen Steuereingang haben, ja, und die Steuereingänge, die nummerieren wir 0 bis 1 und wir sagen, dass wir von 0 bis 3 auf den Ausgang geben. Ja, also dieses G 0 über 3 bedeutet, dass wir die entsprechend auf den Ausgang geben. Und ja, das können wir jetzt hier wieder hinschreiben, was das alles ist. Das heißt, oben haben wir wieder die entsprechenden, ich habe den rot, die entsprechenden Steuereingänge. Ja, und hier unten haben wir die Eingänge. Ja, und jetzt können wir uns dann überlegen, wie jetzt so ein Multiplexer funktioniert. Die Wahrheitstabelle ist ja hier. Das heißt also, abhängig von den Steuereingängen legen wir an den Ausgang die entsprechenden Eingänge an. Ja, und das haben wir hier nochmal visualisiert, damit das auch klar wird. Ja, bei 0,0 wird es eben wie eine Weiche so durchgeschaltet. Bei 1,0, ja, also ich lese von hinten von 0 ab, ja, also S0, S1 in die Richtung. Also bei 1,0 wird der durchgeleitet. Ja, bei 0,1 wird der durchgeleitet und bei 1,1 wird der durchgeleitet. Also, und das ist wichtig. Jetzt können Sie sich nämlich schon mal überlegen, was kann ich damit realisieren? Welche Funktionen kann ich damit realisieren? Ich habe ja jetzt, interessanterweise, habe ich jetzt ja Steuereingänge und die normalen Eingänge. Und jetzt könnte ich ja sagen, ich missbrauche dieses Bauelement. Also wir werden sehen, also den normalen Nutzen von diesem Bauelement werden wir noch sehen. Aber jetzt könnte ich den ja missbrauchen. Und zwar, um damit eine Bullshit-Funktion darzustellen. Und damit kann ich doch jetzt, ja, wenn Sie schon mal nachdenken, oder vielleicht sehen Sie es ja jetzt schon, was kann ich damit jetzt machen? Was für Bullshit-Funktionen kann ich damit darstellen? Wenn ich so einen, ja, ja, 4 zu 1 Multiplexer beispielsweise habe, ja. Was kann ich an Funktionen darstellen? Sehen Sie das? Noch nicht klar? Welche Stelligkeit oder wie viele Eingangsvariablen kann die Funktion haben? Jetzt hier in dem Fall. Sehen Sie das schon? Ja. Sind Sie sicher? Ne? Nicht 2 und nicht 4. 3. Ja? Warum? Weil ich kann ja hier entsprechend anlegen, zwei Variablen. Und ich kann jetzt hier unten noch entsprechend die Variable, die integrierte Variable und 0 und 1 anlegen. Das werden wir gleich sehen. Damit kann ich sozusagen eine Funktion, die drei Eingangsvariablen hat, die kann ich damit abbilden. Ja, und das ist schon mal nicht schlecht für so ein Multiplexer. Ja, das heißt, so ein Multiplexer ist ein sehr einfaches Bauelement. Und wir werden sehen, wir werden natürlich Multiplexer haben, die auch ganz, ganz viele Eingänge haben. Damit kann ich also entsprechend, ja, viele Funktionen oder Funktionen mit sehr vielen Eingangsvariablen darstellen. So, das heißt, wir steuern mit den Steuereingängen die Signalpfade hier durch und das ist die Idee bei so einem Multiplexer. So, und jetzt wollte ich Ihnen nochmal einen Baustein hinmalen. Und zwar, wenn wir uns meinen Multiplexer anschauen, ich male den mal hier neben, ja, dass man den gut sieht. Ja, das heißt also, ich habe jetzt hier einen Multiplexer wieder, der hat vier Eingänge. Eingänge, also die Eingänge wären dann eben E0, E1, E2 und E3 und die haben wir ja so immer bezeichnet, dass wir 0, 1, 2, 3 hinschreiben. Dann hat er zwei Steuereingänge, also genau der, die wir gerade auf der Folie hatten und die nenne ich wieder 0 bis 1 und dann wird das Ding genannt G, 0, 3 und hat natürlich auch einen Ausgang. So, und jetzt ist ja davon offenbar die entsprechende Funktion, die Buhlische Funktion, A, hängt ja jetzt ab von den Eingängen. Das heißt, ich kann jetzt alle Eingängen oder alle Eingangskombinationen mal hinschreiben. Ich habe ja sowas wie S1 nicht, S0 nicht mal E0. Dann wird E0 durchgeschaltet auf den Ausgang. Dann verodere ich das mit S1 nicht, S0, dann wird E1 durchgeschaltet. Oder ich habe S1, S0 nicht, wird S2 durchgeschaltet. Na ja, und dann habe ich noch den letzten Fall, S1, S0, dann wird eben E3 durchgeschaltet. Das wäre jetzt, man nennt das auch charakteristische Funktionen von so einem Multiplexer. Also das ist das, was der sozusagen durchgibt. Also eine sehr einfache Funktionalität. Und wenn das so einfach ist, dann können wir ja doch auch jetzt versuchen, mal wieder ein Schaltbild dafür hinzumalen. Ich hatte es Ihnen ja gerade für diesen ganz simplen Multiplexer hingemalt. Das können wir aber jetzt auch für diesen etwas komplexeren machen, der mit vier Eingängen arbeitet. Dafür brauchen wir jetzt ein paar Dinge. Und zwar brauchen wir vier Undglieder mit drei Eingängen. Das heißt, dann malen wir uns die mal hin. Das heißt also, wir haben jetzt vier Verundungen. Naja, und die müssen wohl drei Eingänge haben. Warum? Weil ich ja jetzt hier drei Eingänge habe. Also es muss sozusagen zweimal verundet werden hier bei jedem dieser konjunktiven Terme in dieser disjunktiven Form. Und dann brauche ich von S0 und S1, brauche ich jeweils den negierten und den nicht negierten Wert. Das heißt also, ich kann jetzt mal hier anfangen. Ziehe jetzt also mal hier die nicht negierten Werte runter. Das wäre jetzt also S1 und das wäre S0. Und dann brauche ich noch die entsprechenden negierten Werte. Also ab hier noch so einen Werte. Ziehe die jetzt hier runter. Ja, und ich glaube, dann wird es auch sofort klar, was man jetzt tun muss. Ja, ziehe also sozusagen so Schienen hier runter. Ich mache immer einen Kringel drauf. Wenn es hier eine Verbindung gibt, das werden wir gleich noch brauchen. Dass wir bei Überlappungen oder bei Überschneidungen nicht glauben, dass das auch ein Kontakt ist. So, und jetzt kann ich die E0, E1, E2 und E3 hier hinten hinführen. Das sind eben, wie gesagt, Grundgötter. Und ich möchte das Ganze, was da rauskommt, natürlich verodern. Ja, also das wäre jetzt hier ein Größer gleich 1. Das heißt, ich führe die jetzt alle hier hin. Und das wäre mein Ausgang A. Hier vorne führe ich jetzt dann einfach rein E0, E1, E2 und E3. So, und jetzt ist natürlich ziemlich klar, ich muss jetzt einfach nach dieser Funktion, da muss ich jetzt abgreifen. Also wenn ich E0 durchlassen möchte, dann müssen sozusagen die negierten Größen wahr sein. Das heißt also, ich greife jetzt hier ab, den und den. Da müssen die Größen wahr sein. Dann muss ich im Prinzip bei E1 muss S0 wahr sein und S1 quer. Korrigieren Sie mich, wenn ich mich jetzt irgendwie hier verzeichne. Ja, bei E2 muss S0 quer wahr sein, also der und S1, der. Und bei E3 müssen die beiden nicht negierten Größen angelegt werden. Und das wären die beiden. Das heißt, damit haben wir jetzt ein Blockschaltbild für so einen Multiplexer. Ist das klar oder gibt es da Fragen? Das wäre jetzt die einfachste Darstellung. Einfach ad hoc hingezeichnet, wie man so einen Multiplexer realisieren kann. Ist klar soweit? Jetzt ist natürlich die Frage, jetzt könnte ich ja so einen Multiplexer nehmen, den ich gerade hatte, so einen 2 zu 1 und mit dem 2 zu 1 möchte ich jetzt größere zusammenbauen. So was, das wäre ja zum Beispiel auch eine schicke Klausuraufgabe. Man fragt sich also, ich kenne so einen Multiplexer einer bestimmten Größe und möchte einen größeren daraus zusammenbauen. Geht das oder geht das nicht? Haben Sie eine Idee, wie man das machen könnte? Ich habe zum Beispiel einen, der 2 zu 1 ist und ich möchte einen 4 zu 1, ja, solchen, so einen hier, ja, so ein G03, wie wir hier angemalt hatten, ja, den möchte ich damit erzeugen. Ist das klar, wie das geht? Und wie viel brauche ich denn? Wie viel 2 zu 1 Multiplexer brauche ich denn, um einen 4 zu 1, ja? Ja. 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 Genau. Ja. Und das machen wir uns vielleicht mal hin. Ja, ich mache da mal eine neue Folie dafür. Und zwar wäre jetzt eben die Frage, wie es hier Kommilitone gerade erklärt hat, ja, so machen wir das auch. Wir wollen jetzt zum Beispiel mal aufbauen, 4 zu 1, ich mache das mal in Kurzform, 4 zu 1 aus 2 zu 1. Und dazu brauchen wir eben drei Stück, ja, und das heißt, die können wir uns jetzt mal hier hinmalen. Also, haben wir mal den ersten, hier den zweiten, hier den dritten und das sind jetzt jeweils, also wie gesagt, abgekürzt, ich habe da jetzt nicht mehr rein, also das sind jeweils 2 zu 1. Das heißt, das sind Multiplexer, die zwei Eingänge auf einen Ausgang legen, ja? Ja, und dann legen wir jetzt doch mal Eingänge an. Und jetzt war ja gerade schon der Vorschlag, dass man sagt, man legt mal hier zwei Eingänge an und hier zwei Eingänge an. Und die nenne ich jetzt E0, E1, E2 und E3. Jetzt habe ich Steuereingänge. Ich kann ja diesen Multiplexer hier steuern und diese beiden Multiplexer hier steuern. Und ich schlage jetzt eben vor, so wie es auch Ihr Kommilitone gerade gesagt hat, ja, wir steuern die beiden hier vorne mit einem Eingang und wählen dann praktisch immer einen der beiden Eingänge aus. Das heißt also, wir möchten ja jetzt zum Beispiel E0 und E2 auswählen, leiten die nach hinten durch und bei dem wählen wir dann einen der beiden aus. Aber das ist ja willkürlich. Also Sie können das auch andersrum machen, ja? Aber das wäre jetzt mal eine willkürliche Lösung. Ich lege also E0 und E2 hier hinten an, ja? Oder wenn ich umschalte, lege ich E1 und E3 hier hinten an und der hier hinten muss sozusagen nur einen von den beiden auswählen. Das heißt, es ist also ziemlich klar, ich muss die ja auch noch entsprechend anlegen. So, und dann brauche ich Steuereingänge. Hier hinten ist klar, da lege ich einen Steuereingang an. Das wäre das S1. Hier kommt der Ausgang raus. Den nennen wir wieder A. So, und hier vorne lege ich dann den gleichen Steuereingang an. Könnte man jetzt auch willkürlich machen. Ich könnte auch einen Inverter dazwischen schalten. Dann gibt es eben eine andere Übertragungsfunktion. Ich mache es jetzt halt so, dass ich sage, ich lege den gleichen Eingang S0 hier an. Ja, und dann kann man sich jetzt überlegen, wie gesagt, und dann sehen Sie auch gleich die Wahrheitstabelle. Wenn S0 0 ist, ja, dann wird E0. So haben wir es ja definiert. Das ist auch alles beliebig, ja? Aber das haben wir ja so definiert. S0 ist 0, dann wird E0 und E2 werden hier rübergelegt. Dann liegen hier E0 und E2 an. Und jetzt kann ich mit S1, kann ich jetzt auswählen, nehme ich den oberen oder nehme ich den unteren. Wenn S1 0 ist, nehme ich den oberen, sonst nehme ich den unteren. Ja, das heißt also, ich kann jetzt als Wahrheitstabelle, kann ich jetzt wieder mit S0 und S1 und dann A arbeiten. Und dann ist es eben so, dass wenn ich jetzt habe hier 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, dann ist eben klar, wenn ich jetzt S0 0 anlege, ja, dann werden wohl in den beiden Fällen, ja, werden E0 und E2 rübergelegt. Ja, und dann muss das hier wohl einmal E0 und einmal E2 geben und sonst eben E1 und E3. Und dann haben wir schon automatisch, dass wir hier E0, E1, E2, E3 haben, ja? So, ich hoffe, das ist klar. Ja, damit können wir im Prinzip mit zwei, mit drei 2 zu 1 Multiplexern und 4 zu 1 Multiplexer zusammenbauen. Und das gilt natürlich auch für Größere. Ja, klar oder Fragen dazu? Okay. Ja, und jetzt kann ich jetzt den Multiplexer nicht nur verwenden, um Datenflüsse zu steuern. Dafür ist er ja eigentlich da. Ja, und dafür führe ich ihn auch hier jetzt ein. Wir können ihn eben jetzt auch für eine andere Sache verwenden, nämlich zur Realisierung von logischen Funktionen. Da sind wir jetzt ja erstmal noch. Das heißt, wir können jetzt mit einem 2 hoch n zu 1 Multiplexer, können wir jetzt eine logische Funktion und das ist das Schöne, mit n plus 1 Variablen, was wir gerade diskutiert haben, implementieren. Das heißt, die eine Variable wird sozusagen an die Eingänge gelegt und die n Variablen werden an die Steuereingänge gelegt und damit können wir dann n plus 1 Variablen haben. Und da denken Sie jetzt gleich mal darüber nach, wenn wir zu den D-Multiplexern kommen. Und jetzt brauchen wir eine sogenannte Implementierungstabelle. Damit wollen wir das Ganze umsetzen. Und die Implementierungstabelle funktioniert so. Wir haben 2 hoch n Spalten für die möglichen Belegungen der n Steuereingänge und dann haben wir natürlich noch zwei Zeilen für die negierten und nicht negierten für die n plus erste Variable x n. Das heißt, dadurch wird es dann 2 n oder wir können n plus 1 umsetzen, weil wir ja 2 hoch n Spalten für die möglichen Belegungen haben in den Steuereingängen und dann haben wir noch die entsprechenden Eingänge und da legen wir die Variablen hin. Und das schauen wir uns jetzt mal an. In die Tabelle werden jetzt die Funktionswerte in Abhängigkeit von den Variablen eingetragen und dann betrachtet man jede Spalte und in der Spalte haben wir jetzt eine Funktion, wo wir aus der Menge von 0,1 x n und x n nicht dann überlegen, wie wir die Eingänge belegen. Und dann schalten wir für diese Variable die entsprechenden Eingänge auf den Ausgang mit den Steuereingängen. Und das schauen wir uns jetzt gleich mal an. Und zwar machen wir das mal für dieses Beispiel. Unser Beispiel ist, wir haben also die Funktion a nicht c oder b nicht c oder a b c nicht. Ja, und wir werden drei Varianten sehen. Das wäre jetzt die erste Variante, wie wir das Ganze realisieren können. Und dazu brauchen wir zunächst mal so eine Wahrheitstabelle. Das heißt, wir fangen wieder an, wieder in umgedrehte Reihenfolge c, b, a und f. So, und dann gehen wir wieder durch, wie üblich. Ja, also wir haben hier 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Hier 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Und dann hier eben 4 Nulle. Ja, und dann hier 4 Einser. So, und jetzt müssen wir die natürlich nur scharf anschauen. Wenn ich zum Beispiel habe a, b, c nicht. Welcher kann das sein? Dann habe ich a, b, c nicht. Dann bin ich hier. Dann muss hier also eine 1 hin. Und so weiter. Das heißt also, das sehen Sie, glaube ich, jetzt inzwischen schnell. Hier kommen Nuller hin. Da kommt eine 1. Hier hinten kommt eine 0. Es taucht nirgendwo auf. a, b, c. Ja, und dann haben wir hier noch entsprechend 4 Einser. Die aus, ist klar, hier taucht kein b auf. Ja, also wenn ich a, nicht, c habe, dann taucht hier kein b auf. Also brauche ich so ein a, nicht, ja, c. Und kein b taucht auf. Da muss der drin sein und der drin sein zum Beispiel. Ja, das heißt, hier haben wir dann die 2 Einser. Genau. So, und jetzt können wir das Ganze mal sortieren. Wir schauen mal, wo taucht denn was auf? Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen eine Implementierungstabelle haben und wir wählen jetzt mal, und das werden wir gleich nochmal anders machen, wir wählen jetzt b und c als Steuereingänge, ja, und a soll im Prinzip angelegt werden an den Eingang. Ja, dann machen wir das doch mal so. Schreibe ich Ihnen das mal hin. Wir haben doch hier jetzt so 4 Päckchen. Ja. Da können wir uns jetzt überlegen, hier hätten wir doch c nicht, b nicht. Das wäre das erste Päckchen. Ja, soll ja unabhängig von a sein. A soll ja unser Eingang sein. Dann hätten wir hier c nicht, b. c, b nicht und c, b. Ja, das wären also jetzt unsere entsprechenden Paketchen. Und jetzt können wir uns mal überlegen, wenn wir uns jetzt so eine Implementierungstabelle überlegen, dann soll doch wohl für zum Beispiel c nicht, b nicht, ja, wollen wir jetzt mit a entsprechend die Ausgänge oder den Steuereingang beschalten. Und das hängt natürlich davon ab, was wir hier hinten stehen haben in f. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Also, wenn wir jetzt haben, hier ist in grün dargestellt c, b. Ja, was wollen wir da haben? Jetzt haben wir hier die Möglichkeiten 0, 0, 1, 0, 0, 1 und 1, 1. Und zum Beispiel bei 0, 0, ja, sehen wir ja, wenn die hier sind, ja, dann haben wir hier zwei Nuller. Ja, das heißt also, hier kommt jetzt eine 0 rein. Das heißt, es wird die Funktion, die wir da haben wollen, immer 0 sein. Ja, denken Sie da mal mit. Das ist gar nicht so einfach zu verstehen, glaube ich. Dann haben wir hier b ist 1 und c ist 0. Ja, das heißt, das wäre der Fall. Jetzt haben wir hier 0, 1. Hier eine 0, eine 1. Na gut, dann können wir da a eintragen. Ja, weil das ist genau a. Wir können also an den Eingang, an den Steuereingang, wenn die Steuereingänge so gewählt sind, können wir a anlegen. Ja, das ist ja das Schöne, weil a ist hier einmal 0 und einmal 1, also können wir direkt die Variable a anlegen. Jetzt gucken wir hier den Fall an. Ja, 0, 1. Sind die beiden 1. Na gut, da kann ich nichts anderes machen. Da muss ich eine 1 anlegen, weil es ja immer 1 ist. Unabhängig vom Steuereingang. Ja, und dann bei 1, 1. Ja, haben wir 1, 0. Na gut, und das ist a nicht. Ja, ist das soweit klar? Das heißt, ich kann im Grunde genommen jetzt diese Tabelle so zusammenfassen, dass das, was ich hier in der Mitte stehen habe, ja, für die entsprechenden Steuereingänge, kann ich jetzt hier unten die entsprechende Funktion g hinschreiben. Ja, ist eben einmal die reine 0-Funktion, dann die reine 1-Funktion oder eben hier a oder a nicht. So, und dann kann ich jetzt hier hingehen und mir mal überlegen, wie realisiere ich das denn? Ich habe also hier diese Implementierungstabelle, die wir uns gerade angeschaut haben. b und c waren jetzt die Steuereingänge. a muss jetzt hier unten angelegt werden, ja. Das heißt, wir haben einmal eine 0, eine a, weil das b und c, Sie haben es ja gerade gesehen, ja, diese Variante wählt halt diesen Eingang aus und legt diesen Eingang auf den Ausgang. Diese Variante legt den Eingang auf den Ausgang, also jetzt das a, ja, und so weiter. Und jetzt legen wir das so weiter durch, ja, und damit bekommen wir genau die Funktion realisiert, die wir haben wollten. Ja, ist das soweit klar? Und damit kann ich mit einem Multiplexer dieser Größe eine Funktion mit drei Eingangsvariablen realisieren. Wir werden sehen, bei dem Multiplexer sieht es ein bisschen anders aus. So, und dann können wir jetzt die Funktion ablesen. Und das wäre ja auch mal ganz schick, dass die Funktion auch wirklich stimmt. Machen wir das doch mal. Das heißt, ich müsste doch jetzt hinschreiben, die Funktion f, die am Ende rauskommt, die muss doch irgendwie folgendermaßen gestreckt sein. Die muss doch jetzt alle vier Terme, also alle Variationen enthalten. Das heißt, die muss doch enthalten C nicht, E nicht, ich mache mal einen Platz, dann oder C nicht, B, oder C, B nicht, oder C, B. Ja, und wenn ich das dann jetzt hinschreibe, dann haben wir ja gesagt, dass wir entsprechend auswählen. Ja, mit den Termen wählen wir jetzt den entsprechenden Eingang aus. Ja, und dann kann ich die Eingänge doch einfach, genau wie es hier beschrieben ist, ja, C nicht, B nicht, wäre dann Null. Ja, C nicht, B wäre A. Das heißt, die schreibe ich jetzt einfach hin. Das heißt, ich habe jetzt hier Null, ja, und dann habe ich hier ein A, dann habe ich hier eine Eins, und hier hinten habe ich ein A nicht. Ja, damit kann ich das doch jetzt direkt auslesen. Und es stimmt auch, das kommt genau die Funktion raus. Das ist nämlich jetzt tatsächlich, weil der erste Term fällt ja weg, ist also C nicht, B, A, oder C, B nicht, oder C, B, A nicht. Habe ich das richtig gemacht? Genau, und jetzt kann ich noch zusammenfassen, ich hoffe, das stimmt jetzt so. Moment, jetzt müssen wir nochmal nachschauen. C nicht, B, A, C, B nicht, C, B, A. Jetzt habe ich mich nur bei einem irgendwie vertan, und das sehen Sie wahrscheinlich schneller als ich. Jetzt muss man hier noch zusammenfassen, aber es sollte die gleiche Funktion sein. Sie sehen es vielleicht schneller als ich. Jetzt bin ich gerade verwirrt. Ich muss, glaube ich, etwas Abstand nehmen. Ja, aber das sollte die gleiche Funktion sein. Also wir sehen, hier setzen wir ja ein, C nicht, B nicht mal Null, der fällt weg. C nicht, B mal A, der taucht natürlich auf. Ist das richtig? Ja, das ist der Term. Und dann C, B nicht, das ist der. Und jetzt habe ich hier nur einen zu viel. C, B, A nicht. Ja, da muss ich nochmal drüber nachdenken. Denken Sie mal drüber nach, vielleicht sehen Sie das schneller. Ja, auf jeden Fall soll das die gleiche Funktion geben. Okay, und jetzt wollen wir eine weitere Realisierung durchführen. Und zwar, wir wollen jetzt andere Steuereingänge nehmen. Ich könnte ja jetzt, ich habe ja drei Variablen, habe ich ja gerade gesagt. A, B und C. Und jetzt könnte ich ja auch sagen, ich nehme A und B als Steuereingänge und nehme C als Eingang. Und Sie sehen hier schon mal das Ergebnis, das soll am Ende rauskommen. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich denn dahin? Wieso kann ich jetzt auch mit A und B steuern und mit C den entsprechenden Eingang machen? Und wir werden gleich noch ein drittes Beispiel kennenlernen. Das machen wir mal schnell. Und zwar wollen wir jetzt diese Funktion hier oben, die wollen wir jetzt umschreiben. Und da gibt es ja immer diesen einfachen Trick. Ja, wir schreiben jetzt mal hin, dass das F, das könnte ich jetzt ja auch umschreiben, indem ich in jeder Komponente oder in jedem Term den fehlenden Term ergänze. Das heißt, das wäre jetzt A nicht C. Und dann ergänze ich jetzt B oder B nicht. Denken Sie da auch mal mit, dass ich das auch richtig mache. Dann oder, jetzt fehlt uns ein A. Also das heißt, ich habe B nicht C. Und jetzt ergänze ich A oder A nicht. Und dann habe ich noch den letzten Term. Der ist ja schon, der hat ja schon drei Variablen. Das wäre dann A, B, C nicht. So, jetzt würde ich das entsprechend ausrechnen. Und dann kommen wir direkt auf die entsprechende Implementierungstabelle. Da müssen wir gar nicht mehr groß rumdenken. Ja, sondern wir sehen die dann direkt. Wenn ich jetzt hier ausrechne, dann wäre das ja A nicht, B, C. Oder A nicht, B nicht, C. Oder A nicht, B nicht, C. Oder A, B, C nicht. So, und dann fällt natürlich einer raus. Ja, nämlich dieser hier. Den haben wir ja zweimal drin. Den können wir rausschmeißen. Das heißt, es bleiben uns dann diese Terme übrig. Ja, und die würde ich jetzt mal umsortieren. Und jetzt kann ich die ja umsortieren nach meiner entsprechenden Eingangsgröße C. Das heißt, ich schreibe jetzt mal hier hin. Das wäre jetzt ja C mal B nicht, A nicht. Also ich drehe jetzt mal die Reihenfolge um. Ja, oder. Und dann habe ich ein C. Und dann habe ich ein B nicht, A. Oder, und wieder ein C, B, A nicht. Oder, und jetzt kommt die große Überraschung, haben wir noch ein C nicht, B, A. Ja, ich denke, das sehen Sie. Das ist der Terme, ja. Der kommt da hin. Das heißt, jetzt haben wir also hier die entsprechenden Cs nach vorne gezogen und können damit jetzt unmittelbar in diese Implementierungstabelle gehen. Und dann wird es ja super simpel. Wir sagen einfach, dass hier natürlich jeweils, wo ein C steht, das korrespondiert zu den entsprechenden Verknüpfungen. Und dann habe ich hier eben C, 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 C nicht. Und das heißt, ich kann jetzt die Eingänge, wenn ich jetzt hier mit den Steuereingängen auswähle, kann ich die ersten drei Eingänge, also 0, 1 und 2, auf C legen und den letzten auf C nicht. Und damit habe ich die entsprechende Funktion realisiert. Ist das klar soweit? Also das ist noch alles sehr ad hoc. Wir werden gleich noch eine etwas schnellere Methode oder eine etwas systematische Methode kennenlernen, aber damit kann man doch schon ganz gut was anfangen. Das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, wir können entweder C und B als Steuereingänge nehmen und A als Eingang oder A und B als Steuereingänge und C als Eingang. Ja, und damit bekommen wir die entsprechende Funktion. Gibt es Fragen soweit? Okay, dann würde ich sagen, machen wir jetzt auch die Pause, so ungefähr bis 16 Minuten vor drei. Ja, bis gleich. So, dann würde ich sagen, machen wir auch weiter. Und wir hatten jetzt ja gerade angeschaut, wenn ich ja zwei Varianten mal betrachte von der Realisierung einer Funktion mit einem Multiplexer, wo eben auffallend war, dass man mit so einem einfachen ja 0,3 Multiplexer jetzt Funktionen mit drei Eingangsvariablen realisieren konnte, was ja schon mal schön ist. Und das war aber noch nicht so sehr systematisch, obwohl, klar, wir hatten diese Implementierungstabelle, konnten damit arbeiten, mussten uns sozusagen für eine Variable entscheiden, die wir auf die Eingänge legen und die anderen Variablen an die entsprechenden Steuereingänge. Jetzt können wir es noch etwas systematischer machen, indem man Teilfunktionen auch realisiert. Ja, wir nehmen dazu wieder diesen Shannon'schen Entwicklungssatz. Ja, und Sie erinnern sich, der Shannon'schen Entwicklungssatz war eigentlich total simpel, den konnten wir auch unmittelbar beweisen, indem man eben sagt, wenn man zum Beispiel je nach C entwickelt, dann ist das immer C und die Funktion, wenn ich C gleich 1 einsetze oder C nicht und die Funktion, wenn ich C gleich 0 einsetze. Jetzt mal für den Spezialfall, den wir jetzt hier betrachten wollen. Also sehr simpel. Ja, diese Entwicklung haben wir ja allgemein gemacht. Sie können diesen Shannon'schen Entwicklungssatz in allen möglichen Lebenslagen verwenden. Ja, und jetzt also die Frage, wir entscheiden uns jetzt wieder für eine Variable. Dann wollen wir die Funktion nach allen Steuervariablen entwickeln und die Restfunktionen, die können wir jetzt an die entsprechenden Eingänge führen. Und dual könnte man es natürlich dann mit dem Demultiplexer machen. Ja, und das schauen wir uns jetzt mal hier an. Ja, wir wollen also eine Funktion mit einem 2 zu 1 Multiplexer und Gattern entwerfen. Ja, und die Steuervariable sei C. Und das ist wieder die gleiche Funktion und dann nehmen wir einfach einen Multiplexer, der folgendermaßen aussieht. Also das heißt, wir wollen hier unseren Steuereingang, den wollen wir mit C beaufschlagen. Ja, das wäre unsere Steuervariable. Dann wäre das sozusagen unser Eingang und der steuert dann 0,1. Das heißt, wir haben nur zwei Eingänge, nämlich 0 und 1. Ja. Und haben dann hier einen Ausgang A und den würden wir wieder bezeichnen als Mux Multiplexer eben 2 zu 1. Ja, das wären die beiden Eingänge. So, und jetzt müssen wir ja nur den schändischen Entwicklungssatz wiederverwenden. Ja, so wie wir ihn kennengelernt haben. Und der ist ja ziemlich simpel. Jetzt müssen wir ja nur gucken, wenn ich C gleich 1 setze, was bleibt mir hier oben übrig? Und dann, wenn ich C gleich 0 setze, was bleibt mir hier oben übrig? Ja, und C gleich 0 bedeutet, das fällt weg, das fällt weg. Ja, das bleibt stehen. Ja, C gleich 1 bedeutet, das fällt weg und die beiden bleiben stehen. Also der schändische Entwicklungssatz ist extrem simpel hier. Wenn wir die Funktion haben, können wir also einfach entwickeln nach C mal A nicht oder B nicht. Ja, das haben wir ja gerade gesagt. Oder C nicht, A, B. Das wäre der Term. Ja, also ziemlich simpel. Und jetzt können wir einfach sagen, wenn C gleich 1 ist, haben wir also diese Funktion. Ja, und die können wir umformen. Ja, die morgensche Gesetze. Und dann haben wir noch für C gleich 0, haben wir A und B. Das müssen wir nicht mehr umformen. Jetzt haben wir A und B und A und B nicht. Also super einfach. Ja, insofern ist das Beispiel schön. Und Sie sehen vielleicht auch die Schönheit des Beispiels insgesamt. Wir können drei Varianten rechnen und alle geben sehr schöne Ergebnisse. Also da muss man schon lange suchen, bis man so ein schönes Beispiel findet. Ja, dass wir jetzt also hier sogar in dieser dritten Variante noch so etwas Elegantes rausbekommen, wie A und B und A und B nicht. Und das Ganze gibt dann eben diese Realisierung. Und die ist natürlich auch schön. Das heißt, wir legen hier vorne also A und B an. Dann wird an den Nulltensteuer, an den Nullten Eingang wird A und B gelegt. Und an den ersten wird dann A und B nicht gelegt. Über den Invertierer hier. Und hier oben wird das C angelegt. Und damit können wir das F realisieren. Ich denke, es ist eine schöne dritte Variante. Und das heißt, wenn man ein bisschen darüber nachdenkt, wird einem klar, dass man das gut so machen kann. Gibt es Fragen soweit? Okay. Dann wollen wir jetzt zu dem Multiplexern kommen. Und wir wollen jetzt etwas betrachten, was praktisch zum Multiplexer korrespondiert. Und zwar, und das brauchen wir ganz häufig. Wir wollen ja jetzt bei Speicherbausteinen beispielsweise wollen wir entsprechende Adressleitungen adressieren. Und dafür brauchen wir die Multiplexer. Und wir haben jetzt also diesen Baustein, der korrespondiert dazu, das ist also dual. Der schaltet jetzt abhängig von N-Steuerleitungen schaltet der zwei auch N-Ausgänge. Ja, und das heißt, wir sehen das jetzt hier mal. Wir haben zwei Steuerleitungen und haben hier jetzt mal einen Eingang. Den Eingang kann man jetzt entweder als Enable betrachten. Also Enable, Disable-Eingang. Oder wir sagen eben, wir schalten das, das ist äquivalent, was an dem Eingang anliegt, schalten wir auf die entsprechenden Ausgänge. Und dann hätten wir ja so ein Verhalten, dass wir sagen, wir hätten hier sowas wie S0, S1, ja, die beiden Steuereingänge und die sollen jetzt diesen Enable-Eingang, hier jeweils, man sieht, das ist so eine Diagonalmatrix, sollen diesen Enable auf die entsprechenden Ausgänge schalten. Und das ist wichtig, weil was bedeutet das? Also ich kann jetzt praktisch mit einer Binärzahl, kann ich jetzt dekodiert, ja, genau eine bestimmte Adressleitung anschalten. Und das werden wir bei Speicherbausteinen dringend brauchen. Also ein Demultiplexer ist ganz wichtig. Aber auch hier jetzt erst mal, zunächst kommt der Missbrauch eines Demultiplexers, um eine hulische Funktion darzustellen. Und dann schauen wir uns mal an, wie man damit Speicherbausteine ansteuert. Also merken Sie sich das mal. Wir bekommen bei den vier Ausgängen jeweils den Eingang entsprechend dargestellt in Abhängigkeit, wie wir hier die Steuereingänge wählen. So, und jetzt will ich mal hier hin und da will ich Ihnen jetzt mal ein paar einfache Demultiplexer darstellen, indem wir uns mal die Schaltbilder anschauen. Und zwar, der einfachste wäre ja, wenn ich den Eingang auf zwei Ausgänge gebe, dann hätten wir sozusagen genau das Pendant zu unserem Multiplexer, dem einfachsten Multiplexer. Ich gebe den Eingang jetzt einfach mal auf zwei Ausgänge. Das heißt, dazu brauche ich erstmal zwei Undgötter. Ja, das wären also diese beiden Undgötter. Und jetzt lege ich den Eingang den lege ich jetzt mal jeweils unten an und jetzt habe ich noch einen Steuereingang. Den Steuereingang lege ich beispielsweise hier an. Also das wäre jetzt der Eingang. Das wäre der Steuereingang S und jetzt muss ich noch einmal invertieren. Das mache ich hier mit einem Inverter. Wie gesagt, hier oben so ein Kreis drum rum, damit man sieht, dass ich hier tatsächlich eine Verbindung habe und dann bekomme ich hier die beiden Ausgänge A1 und A0. Also so rum sind sie jetzt definiert. Wenn ich dann sage A0 ist S nicht E und A1 ist S E. Das wäre der einfachste Demultiplexer, den man sich vorstellen kann mit eben einem Eingang und zwei Ausgängen. Also genau analog zu dem Multiplexer, den wir gerade hatten. Und dann können wir uns jetzt mal überlegen, wie sieht das Ganze denn aus, wenn ich jetzt mal vier Ausgänge schalten möchte. Das heißt also, dafür brauche ich offenbar vier Ausgänge. Also vier, fange ich mal hier an, brauche ich vier Verundungen. Das sind also vier und Gatter, die ich jetzt hier habe und die vier und Gatter produzieren mir die entsprechenden Ausgänge. Ja und die Ausgänge, die sollen jetzt eben sein A0, A1, A2 und A3. So und jetzt die Frage, wie mache ich das? Genau so. Ich muss mir jetzt auch nur wieder und das ist dann ganz genauso wie beim Multiplexer. Brauche ich jetzt etwas, was mir die entsprechenden Kombinationen der Eingänge erzeugt. Ja von S0 und S1. Das heißt, ich brauche hier auch wieder meine vier Schienen. Fange ich also an mal mit den beiden S1 und S0 Schienen. Ja das heißt also, das wäre jetzt hier die S1 Schiene, das wäre die S0 Schiene und jetzt brauche ich über Inverter ja brauche ich also hier entsprechende Inverter, die mir dann noch die ja negierten Schienen erzeugen. Wieder so ein Kringel drauf und dann brauche ich wieder die entsprechenden Eingänge. Das heißt, nur jetzt ist es anders als bei Multiplexer. Jetzt nehme ich ja einen Eingang und schiebe den auf vier Ausgänge. Das heißt also, wenn ich jetzt hier meinen Eingang habe, dann soll mein Eingang doch bitteschön ja hier irgendwie anlegen ja und das würde ich jetzt dann so zusammenführen ja habe dann hier meinen Eingang, das wäre E, den ich jetzt hier drauflege. So und jetzt brauche ich für wenn ich E auf A0 legen möchte, haben wir ja gerade gesagt, dann muss es ja wohl mit beiden negierten Eingängen sein. Das heißt, ich brauche also die beiden negierten Eingänge. ja also so ja und dann brauche ich ich schreibe das mal immer gleich daneben ja also A0 wäre ja S1 nicht S0 nicht mal E A1 wäre S1 nicht S0 E A2 wäre S1 S0 nicht E und A3 wäre S1 S0 E und dann können wir sie ja alle ablesen. Ja also S1 nicht und S0 das heißt also das heißt also wir hätten den den ja hier dran liegen für A2 hätten wir S1 und S0 nicht das wäre also der der wie gesagt sie denken mit ja dass es auch richtig ist und dann hätten wir nochmal S1 und S0 also den den ja und jetzt ist das Interessante wenn ich jetzt den Enable Eingang einfach mal auf 1 setze dann bekomme ich nichts anderes als dass ich am Ausgang die Min-Terme darstelle und können wir uns ja nochmal anschauen ja also für E gleich 1 und also was ganz Simples raus da haben wir einfach nur A0 ist dann also S1 nicht S0 das heißt ich dekodiere tatsächlich ja ist also wirklich ein Dekoder ja A1 ist dann S1 nicht S0 A2 ist S1 S0 nicht und A3 ist S1 S0 ja das heißt also wir haben nichts anderes als wirklich einen Dekoder und genau das wollen wir ja haben für den Zugriff auf Speicherbausteine ja das heißt also wir können jetzt für diesen ganz simplen Fall oder auch für diesen etwas komplexeren Fall ja können wir jetzt einfach diese entsprechenden charakteristischen Gleichungen hinschreiben wie wir entsprechend den Eingang und auch wenn wir den auf 1 legen auf den Ausgang legen und damit dekodieren wir ja und das ist bei Speicherbausteinen das A und O das werden wir gleich sehen ja also das heißt wir können jetzt hier nochmal zusammenfassen hier steht es nochmal alles hat einen Enable Eingang E den kann man jetzt als Enable sehen oder eben als einen Eingang den ich auf die Ausgänge lege und dann wird jetzt eine Dualziffer wird jetzt dekodiert bereitgestellt das heißt die Dualziffer wird sozusagen an diesen Ausgängen gefächert ja und das ist das Besondere wenn der Enable Eingang 0 ist natürlich alle Ausgänge 0 sonst dekodieren wir jetzt hier in dem Beispiel eine 2-Bit-Zahl ja und deswegen entweder Demultiplexer oder Decoder ja ich hoffe es ist soweit klar wollen wir vielleicht mal eine logische Funktion jetzt realisieren mit einem Decoder und da kommt ja gleich meine Frage was anders ist als mit einem Multiplexer ein Decoder erzeugt ja offenbar das haben wir ja gerade gesehen erzeugt 2 hoch n Min-Terme wenn ich diese n-Steuervariablen betrachte am Eingang und das heißt wir möchten jetzt mal etwas machen wie die Anzahl der Einsen berechnen von so einer Funktion wir wollen also wissen a plus b plus c wir wollen also wissen wie viel Einser hat diese Funktion und dann ist hier schon das Ergebnis ich möchte ihn aber mal herleiten wie man denn überhaupt drauf kommt wie komme ich denn drauf dass das die Anzahl der Einser ist das heißt ich brauche hier wieder so etwas wie die Nummer in meiner Funktionstabelle ich brauche dann c b und a dann brauche ich die Funktion und dann brauche ich einen Übertrag und ich brauche eine Summe und dann fangen wir mal an damit ich eine Länge der Tabelle hinbekomme also 0 1 0 1 0 1 0 1 so dann kann ich also jetzt hier mal ein paar Dinge einzeichnen ja und dann haben wir hier wieder 0 0 1 1 da haben sie sich inzwischen daran gewöhnt ja 0 0 jetzt habe ich mich auch noch verschrieben also wenn sie sich daran gewöhnt haben ich offenbar noch nicht so also 0 0 1 1 so und dann 0 0 0 0 0 1 1 1 1 so und dann haben wir die entsprechende Nummer des Minterms wir haben ja wieder Minterme also 0 1 2 3 4 5 6 7 so und jetzt wollen wir addieren das heißt alle Einser na gut wenn wir alle Einser addieren dann ist das ja nicht so schwierig wenn wir uns das mal hier angucken also in der Zeile zum Beispiel steht überhaupt keine Einser dann haben wir hier eine Null in der zweiten Zeile steht eine Eins schreibe ich jetzt vielleicht mal hin also eine Eins eine Eins zwei Einser eine Eins zwei Einser zwei Einser drei Einser ja und das heißt jetzt können wir uns ja mal überlegen wir wollen das jetzt ja binär darstellen und wenn wir es binär darstellen wollen dann müssen wir sowas machen wie dass wir die Summe ja auf sozusagen die letzte Stelle setzen das heißt das machen wir jetzt mal wir haben ja also sowas wie 0 1 1 ja und jetzt bei einer Zwei haben wir natürlich eine Null plus ein Übertrag das heißt hier kommt also eine Null hin und hier kommt jetzt mal noch eine Eins hin zwei Nulle und eine Eins also eine Drei ist ja wohl eins eins ja das heißt dann müssen wir jetzt noch eintragen was der Übertrag ist also Null 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 ja dann hier haben wir einmal einen Übertrag muss eine Eins hin und dann Null und dann bei Zwei und bei Drei haben wir hier natürlich jeweils Einser stehen ja und das ist das was wir hier machen wollen und jetzt sehen Sie Folgendes also deswegen ist es ganz wichtig dass Sie mal gucken ob Sie das nachvollziehen können wenn ich mir das anschaue das wäre der Summenterm das S das wir hier haben und bei dem S kommt interessanterweise raus wenn Sie eine Äquivalenz hinschreiben A Äquivalent B Äquivalent C dann sehen Sie hier zum Beispiel ja A Äquivalent B ist nicht Äquivalent ist Null hier ist aber Äquivalent zu Null also eine Eins ja hier Null und Null ist Äquivalent ist Eins ist Äquivalent mit Eins also eine Eins das ist ganz witzig das kommt also ganz gut hin ja werden wir übrigens nochmal sehen ja wenn wir zu Addieren und so weiter kommen werden wir zu ähnlichen Zusammenhängen kommen ja und das heißt können wir also hier als eine Äquivalenz Relation sondern verkettete hinschreiben na gut und dann sehen wir natürlich dass das die entsprechenden Min-Therme hier sind ja also das sind eben 1 2 4 und 7 ja das sind die Min-Therme bei dem nächsten ist genauso einfach ist hier eben 3 5 6 und 7 das heißt wir grasen praktisch alle ab bis auf den ersten also den Nullten der wird nicht abgegrast so und jetzt ist aber noch die Frage wie komme ich denn da drauf ja und da malen wir uns mal ein KV-Diagramm hin wieso ist das denn ähm genau so und da können wir uns jetzt mal ein KV-Diagramm hinmalen indem wir sagen sie erinnern sich ein KV-Diagramm ja ja so können wir dann zweimal so und dann haben wir hier die Einträge 0 1 2 3 4 4 4 4 5 5 6 7 und dann tragen wir eben ein wir haben ja gerade gesagt für den Übertrag wären es eben 3 5 6 und 7 also wäre das wohl hier 3 5 6 und 7 ja das wären hier wohl die beiden Einträge und jetzt müssen wir uns nur noch dran schreiben was ist denn eigentlich was also wir haben hier das B ja wir haben hier oben das A und wir haben hier unten das C und jetzt fassen wir einfach zusammen und es gibt jetzt hier drei Primimplikanten ja ich denke die sind nicht schwer zu sehen das sind diese drei ja na gut und damit kommt unmittelbar das Ergebnis raus ja also A und B ja oder A und C das sieht man ja hier also A und B ist dieser hier ja A und C ähm und dann noch B und C ja das sind eben die drei Primimplikanten ja das heißt damit können wir das sofort sagen und ähm jetzt können wir uns mal überlegen wie implementieren wir das und zwar haben wir jetzt ja gerade den Übertrag also tut mir leid dass das jetzt U heißt und nicht Ü es müsste eigentlich Ü heißen ja ähm ist halt der Übertrag jetzt ähm und dann ähm können wir jetzt mit einem D-Multiplexen versuchen beides zu realisieren wir wollen sozusagen beides in einem und Sie erinnern sich ja an diesen Term Bündelminimierung ja das heißt also wir wollten im Prinzip zwei Sachen gleichzeitig minimieren und das können wir jetzt hier auch machen indem wir jetzt ähm das Ganze so hinschreiben das S die Summe ja ist im Prinzip dann eben sind diese vier Min-Terme die ich hier abgreife ja also 1, 2, 4 und 7 0 bleibt ungenutzt ja und der Übertrag sind eben 3, 5, 6 und 7 ja 3, 5, 6 und 7 die hier jetzt verodert werden und dann den Übertrag ergeben ja das heißt damit können wir schön sogar zwei Funktionen realisieren in einem ja und das ist dann wie eine Bündelminimierung okay jetzt können wir es natürlich so machen dass wir also eigentlich geht das jetzt genau in die richtige Richtung das was wir bisher gemacht haben waren ja schon fast Speicherbausteine ja wir haben es ja schon also wenn man sich das gerade angeschaut hat haben wir am Ende eine Veroderung vorgenommen ja das ist wie als wenn ich jetzt einen Speicherbaustein nehme und die entsprechenden Werte verodere wir können es jetzt noch etwas flexibler machen und bisher waren wir ja fest verdrahtet und wir könnten das Ganze jetzt ja personalisieren oder eben programmieren programmieren ist vielleicht ein bisschen weit gegriffen ja aber man kann im Prinzip jetzt solche Bausteine ja anpassen und personalisieren ja und oder mikroprogrammieren ja so kann man sich das auch vorstellen so eine mikroprogrammierte Logik und ja jetzt sieht man sich das mal hier an und dann sehen wir jetzt haben wir so einen Demultiplexer und der Demultiplexer der bekommt jetzt eine N-Eingangsvariablen und das ist jetzt die Funktion die ich habe ich lege also eine Funktion an eine Buhlsche Funktion mit N-Eingangsvariablen und die adressiert jetzt im Grunde genommen über diese Ausgänge ich habe ja gesagt diese N-Eingänge werden jetzt auf zwei hoch N Ausgänge sozusagen aufgespreizt und es kann hier nur eine 1 anlegen ja das heißt also hier liegt jetzt eine binäre die Binärzahl an eine Dualzahl an und hier hinten liegt jetzt nur noch eine 1 an und der Rest ist 0 und damit adressiere ich jetzt genau eine Leitung hier und diese eine Leitung das sind jetzt halt entsprechende Min-Terme davon gibt es zwei hoch N und ja wenn ich jetzt den Min-Term hier drin haben wir haben das auch animiert ja dann möchte ich jetzt sozusagen diesen Min-Term zum Beispiel hier drin haben oder diesen Min-Term oder diesen ja und das heißt ich kann im Prinzip wieder so eine Bündeloptimierung machen eine Bündelminimierung das heißt also bei M-Ausgangsvariablen lege ich mir jetzt entsprechend hier Knotenpunkte fest ja die mir jetzt den entsprechenden Min-Term hier verodern und damit kann ich dann für die entsprechenden Eingangsvariablen abgreifen was an Min-Termen da ist also das heißt wenn ich jetzt eine Funktion habe mit N Eingangstermen zwei hoch N Min-Termen dann kann ich jetzt sagen wo die Einser sind und die Einser lege ich einfach direkt in den Speicher dann können Sie sagen okay warum haben wir es eigentlich bisher so kompliziert gemacht wenn es doch so einfach geht klar es ist so es geht jetzt wirklich ziemlich einfach wir legen sozusagen einfach die Einser hier rein ja die Einser für die entsprechenden Min-Terme und damit bekommen wir für jede von den M-Ausgangsvariablen kriegen wir den entsprechenden Wert den wir haben wollen das heißt also lege ich Eingangsbelegung so und so an kriege ich den Min-Term nächste Eingangsbelegung kriege ich den Min-Term und so weiter das heißt ich grase einfach alle Min-Terme ab ist das klar dafür habe ich jetzt verschiedene Konzepte ja da gibt es jetzt verschiedene Techniken wie man so etwas tatsächlich macht ja also hier ist nochmal erklärt ja also wir adressieren die Speicherzellen ja und wir haben dann eben die Min-Terme von den N-Eingangsvariablen und eine Einsspeichern bedeutet dass der Min-Term reinkommt und sonst nicht ja und im Allgemeinen ist es so dass wir natürlich im Rechner so ein Speichernetzwerk haben ja das brauche ich glaube ich nicht mehr erklären wir haben so einen Prozessorspeicher und dann die Einausgabegeräte und dann haben wir Busse die das Ganze verbinden wir haben bei so einem Speicher im Allgemeinen eine Matrixstruktur das heißt also wir adressieren so was wir gleich noch sehen werden dass wir die Adressen aufteilen das heißt die Gesamtadresse wird aufgeteilt in zwei Teile einmal adressiere ich sozusagen die Spalten und einmal die Zeilen und dann kann ich im Prinzip da reinschreiben ja Werte reinschreiben einfach in diese Speichermatrix das können wir uns jetzt hier mal anschauen wie ist das jetzt nochmal schön gezeigt wenn ich jetzt so eine Adresse hätte ich schreibe das vielleicht mal hier rein wir haben jetzt also hier unten einfach unsere Adressen ja das heißt ich habe hier sowas wie A0 A1 A2 A3 das heißt also ich habe jetzt eine 4-Bit-Adresse mit der Adresse möchte ich jetzt diese entsprechenden Bit-Zellen adressieren ja und das heißt wir haben hier erstmal eine Zeilenadresse 1.0 das heißt das kann ich jetzt mal reinzeichnen dann kann man sagen 1.0 bedeutet also wir haben hier eine 0 hier eine 0 hier eine 1 hier eine 0 das heißt der Dekodierer spreizt praktisch wieder diese Eingangsgröße auf auf einzelne Bit-Leitungen ja und dann bekommen wir hier die Spaltenadresse 1.1 ja 1.1 ist die 3 das heißt wir kommen hier hin das heißt wir haben hier sowas wie 0 0 0 1 ja und damit hat der Dekodierer hier unten seinen Dienst getan und jetzt bekommen wir dann praktisch diese Zelle die bekommen wir jetzt ausgewählt ja das ist die adressierte Speicherzelle die wir damit bekommen und damit können wir jetzt beschreiben oder auslesen und das wollen wir uns gleich nochmal ganz genau anschauen ja ich weiß nicht wie ich es heute noch schaffe aber wir wollen uns gleich nochmal ganz genau anschauen wie der in so einer Speicherzelle dann für sich einzeln aussieht das ist nämlich auch nicht ganz so trivial ja dann kann man sich jetzt hier überlegen wir haben so eine Organisation von Speicherbausteinen was haben wir denn hier wir haben so ein Interface wir haben also Verstärker ja die praktisch die Adressleitungen verstärken auf die Decoder geben und damit die Speichermatrix Zeilen und Spalten weise adressieren dann haben wir so ein Chip Select ist überhaupt dieser Chip gemeint wir könnten ja eine ganze Bank von Speichern haben ja dann würden wir eben genau diesen Chip auswählen ja und was wichtig ist ist hier unten das nennt man einen Tree State Ausgang und Tree State bedeutet ich kann entweder eine Null auf den Bus legen für jeden Wert klar ich kann eine Eins auf den Bus legen oder ich kann mich vom Bus abkoppeln deswegen Tree State und das bedeutet ich kann diesen Speicherbaustein komplett vom Bus abkoppeln und kann einen anderen aufkoppeln und das ist der Witz dass man eben sagt ich kann davon ganz viele parallel haben ja und ich glaube das reicht erstmal von den Details den Rest haben Sie ja schon auch in der RO gesehen ja und wenn wir jetzt drei Bit Eingangszahlen sozusagen verwenden um Quadrate am Ausgang zu liefern das machen wir jetzt mal schnell weil das ziemlich einfach ist Sie haben Eingänge E0 E1 E2 ja und Sie wollen hier jetzt entsprechend quadrieren ja das heißt also Sie haben I und I Quadrat dann ist das ja ziemlich klar ja also 49 ist 32 plus 16 plus 1 ja das heißt also das wäre 49 also von hinten gerechnet 1 0 0 0 1 1 das wäre 49 ja und hier oben geht es halt einfach los ja Sie quadrieren einfach die entsprechenden Werte ja und die Frage ist jetzt wie lege ich das in dem Speicher ab und das ist ziemlich einfach ja weil A1 und A0 wenn wir nochmal zurückgehen ja die muss man gar nicht ablegen die kann man direkt ablesen ja weil hier wirklich nur 0 1 0 1 0 1 und so weiter bei A0 ist und bei A1 ist es alles nur 0 ja das heißt also na wir können wir können jetzt diese hier direkt durchreichen ja die 0 und das E0 auf A0 und dann brauchen wir im Prinzip den Speicher nur noch so zu belegen ja wie wir eben hier diese Tabelle haben belegen also einfach genau nach der Funktionstabelle den Speicher ja ich denke das ist trivial und damit haben wir eine sehr sehr einfache Darstellung von so einer Funktion das heißt wir können damit also in so einem Prom oder irgendwas können wir direkt quadrieren ist das klar soweit ja okay also dann haben wir verschiedene Speichertypen und zwar können wir jetzt bei den Halblatterspeichern unterscheiden zwischen Festwertspeichern und Festwert kann aber auch reversibel sein das heißt also hört sich dann zwar vielleicht ein bisschen komisch an Festwertspeicher wenn ich ihn auch nochmal ändern kann aber ich kann ihn nur sehr mühsam ändern kommen wir gleich dazu oder er ist irreversibel dann passt es mehr zu dem Umgriff Festwertspeicher ich kann also nichts mehr ändern Rom oder Prom dann kann ich Random Access Memories haben also Schreiblesespeicher die können statisch und dynamisch sein oder quasi statisch das betrachten wir heute nicht und dann gibt es noch Non-Volatile RAM nicht flüchtiges RAM das werden wir auch nicht so im Detail besprechen wir werden nicht alles besprechen können so was ist ein ROM Read-Only Memory während des Normalbetriebs nur lesbar ist aber nicht flüchtig das heißt wenn ich das Ding abschalte geht es nicht verloren die Information kann nicht rückgängig gemacht werden das heißt also ist es entweder Masken programmierbar ein ROM oder programmierbar das heißt Sie können es einmal selber programmieren das heißt Sie bekommen ein Programmiergerät und den Baustein programmieren es einmal ein danach ist es aber weg das heißt Sie haben dazwischen so kleine Sicherungen und dann brennen Ihnen sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes die Sicherungen durch ja und dann sind die einmal gesetzt und Sie können die nicht mehr verändern das sind ROMs dann haben wir noch reversible Festwertspeicher ja die sind ganz bekannt ja es gibt entweder Airproms das heißt die sind UV löschbar das heißt Sie können da ist ein kleines Fensterchen drauf das klebt man normal mit dem Kleber zu und wenn man den Kleber abnimmt ja wie so ein Post-it nimmt man ab leuchtet mit UV-Licht für ein paar Minuten drauf dann ist der Speicher gelöscht dann macht man den Aufkleber wieder drauf und programmiert es wieder das können Sie ein paar Mal machen vielleicht hundert Mal machen ja und das nennt man App-ROM und dann gibt es aber auch noch welche die sind elektronisch löschbar ja und das ist aber langsam deswegen ist also der der Begriff Festwertspeicher gar nicht so schlecht ist also kein RAM Sie können nicht beliebig rein reinschreiben und rauslesen sondern Sie können das einmal machen das dauert halt ein paar Minuten und kann man auch vielleicht noch zehnmal machen oder sowas ja und bei Flat-ROM ist genau das gleiche elektrisch programmiert und fast keinen Unterschied ja und jetzt kommen wir zu RAM und zwar Random Access Memory das bedeutet das ist ein Speicher auf den Sie ständig zugreifen und zwar ist das der Speicher der Ihnen am nächsten liegt an einem Computer und da erinnern Sie sich vielleicht aus der anderen Vorlesung ja wir werden ein SRAM haben das ist das was wirklich ganz ganz nah am Prozessor liegt da können Sie ihm sozusagen im Prozessortakt praktisch reinschreiben dann gibt es ein Dynamic RAM oder DRAM das dauert ein bisschen länger da brauchen Sie vielleicht vier Zyklen oder sechs Zyklen also ich will jetzt nichts genaues sagen aber so ungefähr ja dass Sie einfach ein paar Zyklen brauchen um da reinzuschreiben dafür ist das billig und groß und das hier oben ist teuer und klein also so ein SRAM ist zum Beispiel ein Cache oder was weiß ich das sind also die ganz schnellen Bausteine und Sie kennen ja diese Speicherhierarchien ganz nah am Prozessor haben Sie wenig Speicher der schnell ist dann wird es immer langsamer und immer weiter und bis Sie irgendwann mal zur Festplatte kommen da können Sie vier Terabyte speichern ja aber extrem langsam das heißt wir haben so eine Speicherhierarchie und ja jetzt schreibe ich Ihnen da mal was hin und zwar müssen wir uns jetzt mal überlegen wie sieht denn eigentlich so eine SRAM Zelle aus und da kommen wir nochmal zu einem Inverter wie sah noch mal ein Inverter aus ja ein Inverter sah doch folgendermaßen aus wir haben im Prinzip ein P-MOS und ein N-MOS also ich bin bei C-MOS-Invertern also Complementary-MOS ja das heißt also wir haben zwei Transistoren ja die beiden und die sind jetzt verkoppelt über den Eingang E und wir haben bei dem einen ein P-MOS Pfeil nach draußen bei dem anderen ein N-MOS Pfeil rein und die Ausgänge sind jetzt hier auch verkoppelt und das ist der Ausgang A ja und dann haben wir hier noch Ground und hier oben haben wir dann UB das heißt die Versorgung Spannung ja und wenn wir so einen Inverter haben und ich schreibe es noch mal hin vielleicht mache ich das in Rot also das hier oben ist P-MOS ja und das hier unten ist N-MOS und das entspricht jetzt einem Inverter und den Inverter hatten wir jetzt ja heute mehrfach schon gebraucht einen Inverter sieht ja so im Blockschaltbild aus ja das wir sagen wir legen hier die Eingangsspannung E an und bekommen wir hinten die Ausgangsspannung oder den Ausgangswert A raus und dadurch dass wir ja nur digital arbeiten wir haben ja gesagt das ist alles analog ist ja offenbar eine analoge Schaltung aber wir verwenden im Prinzip nur Werte unterhalb und oberhalb von gewissen Thresholds das heißt also wir können hier sagen A ist gleich E quer so und jetzt ist die Frage was hat das überhaupt zu tun mit einer RAM Speicherzelle mit einer statischen RAM Speicherzelle und dann können wir sagen wir wollen ja kreuzweise ja kreuzweise rückgekoppelte rückgekoppelte Inverter haben ja und wenn ich die jetzt kreuzweise rückkoppel dann kann man sich jetzt zwei Möglichkeiten vorstellen ich male die mal nebeneinander ich habe also hier meine beiden Inverter habt ihr hier also nochmal ja also zwei so Inverter und der hat den Ausgang nach da der hat den Ausgang nach da der hat den Ausgang nach hier der hat den Ausgang nach da so und jetzt koppel ich den Ausgang des einen koppel ich jetzt hier zurück auf den Eingang des anderen und bei dem mache ich das genauso ja und hier wollen wir das gleiche Spielchen machen so und jetzt fragt man sich macht das Sinn bringt das eigentlich was wenn ich jetzt zwei solche Inverter verkoppel wohin führt das eigentlich ja ist das eigentlich überhaupt etwas was stabil läuft gibt das einen stabilen Gleichgewichtszustand das wäre schön eine Speicherzelle sollte ja normalerweise wenn ich die einmal wenn ich irgendwas einspeicher dann sollte dieser Wert ja für immer drin bleiben das sollte also nicht irgendwie oszillieren und sehen Sie das was passiert denn wenn ich jetzt irgendwas anlege können Sie mir irgendwie erklären was ich da tun kann ist das stabil ist nicht stabil glauben Sie nicht okay sagen Sie mir warum nicht spielen wir das mal durch hier kommt eine 0 rein kommt da eine 1 raus kommt da eine 1 dran kommt hier eine 0 raus kommt hier wieder eine 0 hin stabil oder es ist doch stabil und genauso werden wir das jetzt hier einzeichnen da mache ich das mal andersherum ja wenn ich jetzt sozusagen andersherum einspeichere wir werden sehen wir werden solche Bitleitungen haben die speichern Informationen ein und wir brauchen praktisch eine positive oder negative Bitleitung die speichern praktisch jeweils die Informationen so ein auf den beiden Seiten dieser Inverter und das ist dann eine SRAM Zelle dazu brauchen wir nochmal zwei Transistoren das heißt also wir werden gleich sehen wir brauchen zwei hier zwei da und dann brauche ich nochmal jeweils einen um es einzuspeichern brauche ich also sechs Stück ja das ist das blöde dabei deswegen ist SRAM so extrem teuer und deswegen haben sie in ihrem Rechner zu Hause auch nur ganz ganz wenig SRAM und bei Signalprozessoren also welche die in so eingebetteten System laufen haben sie enorm viel SRAM deswegen ist es auch beliebig teuer und das kann man sich normal nicht leisten also fangen wir mal an wir schreiben mal hier eine 1 hin ja dann kommt hier eine 1 an dann kommt hier hinten eine 0 raus und hier eine 0 hin also das ist stabil ja dann haben wir hier eine 0 ja und hier eine 0 dann haben wir offenbar hier eine 1 und hier eine 1 also das ist auch stabil das heißt also wir können sagen dass so eine SRAM Zelle stabil ist ja also wenn wir das jetzt mal angucken schauen wir uns mal an wie die denn in Wirklichkeit dann aussieht so sieht sie aus ja das heißt also hier sehen sie die beiden gegeneinander geschalteten Inverter das ist sozusagen ein Inverter hier das ist ein Inverter das ist der Ausgang das ein also das ist der Ausgang der geht hier in den Eingang angelegt und das ist der Ausgang der hier in den Eingang angelegt wird ja ich hoffe Sie sehen das und dann brauche ich noch mal zwei Stück die sozusagen hier diese beiden Spannungen oder Potenziale anlegen T4 und T5 über die Bitleitung das heißt über die Adressleitung werden die sozusagen durchgeschaltet sonst liegt die Zelle für sich tot ja und wird nicht von außen angesprochen und wenn ich über diese Adressleitung diese Zelle freischalte dann kann ich über diese Bitleitungen die genau komplementär arbeiten kann ich dann entsprechend die Information hier einspeisen ja und das ist die Idee dabei und ja und das hält sich hier wie wir gerade gesagt haben hält sich hier stabil und hält sich vor allem beliebig lang stabil ja ist anders als die DRAM Zelle die wir gleich noch kennenlernen werden ja da ist es so dass die Information flüchtig ist hier ist sie stabil ja wir fragen erst mal soweit ja ja der Witz ist ich brauche hier 0 und 1 oder 1 und 0 wie wir gerade gesehen haben muss ich ja die beiden Inverter entsprechend pullen dass ich sozusagen diese beiden Zustände einspeise nur ein Zustand aber ich muss das induzieren über eine entsprechende Spannung die ich anlege deswegen zwei Bitleitungen und das ist ganz normal ja und ich habe eine Adressleitung mit der einen Adressleitung wird das Ganze adressiert diese eine Bitstelle wie wir sie gerade schon gesehen haben ja und das ist eine Matrix das heißt ich habe eine Matrix von solchen SRAM der Zellen und dann habe ich hier einfach nur B0 und B0 quer so kann man es sehen ist einfach die gleiche es wird wirklich nur eine Information angelegt B0 und B0 quer B1 ist B0 quer ja okay weitere Fragen ja auslesen ja auslesen können Sie genauso ja wenn Sie hier durchschalten dann sehen Sie ja den Ausgang ja dann sehen Sie direkt den Wert das ist viel viel einfacher als bei einer DRAM Zelle das werden wir noch sehen da wird es ziemlich kritisch hier können Sie einfach ja lesen Sie einfach den Wert und den inversen Wert aus damit ist sogar noch ein bisschen robuster weil Sie beide Werte lesen können und wir haben ja gesagt sind ja analoge Werte und das heißt Sie müssen im Prinzip innerhalb gewisser Schwellwerte bleiben und dadurch haben Sie es sogar noch etwas einfacher ja können Sie also bei beiden innerhalb der Schwellwerte bleiben und dann gucken ist es jetzt eine 1 gewesen oder eine 0 gewesen genau ja waren das alle Fragen okay ja das machen wir jetzt nicht das haben wir nicht gemacht in der Vorlesung das lassen wir weg und dann würde ich auch sagen das ist die letzte Folie die ich heute zeige so eine statische CMOS Speicherzelle also ein SRAM besteht jetzt eben aus zwei rückgekoppelten Invertern die kreuzweise rückgekoppelt sind wie gerade gezeigt dann haben wir zwei Transistoren zur Ankopplung damit kann ich praktisch das Ding abkoppeln ja von seiner Umgebung und dann hält es nur noch den Speicherwert oder ich koppel es wieder an dazu brauche ich diese T4 und T5 das heißt ich brauche sechs Transistoren und das hat natürlich den Vorteil generell einer CMOS Zelle ja nur zum Umschaltzeitpunkt fließt Strom das Ganze bleibt also selbsterhaltend solange ich nichts mache fließt kein Strom erhält beliebig lang solange die Versorgungsspannung dran ist aber ich muss nicht ständig nachpumpen wie beispielsweise beim DRAM ja das wären die Dinge die ich Ihnen heute zeigen wollte gibt es Fragen noch hierzu wir machen am Mittwoch noch eine Vorlesung und am nächsten Montag noch das heißt also vor Weihnachten sind noch zwei weitere Vorlesungen wir sehen uns also dann am Mittwoch im Hasaf also vielen Dank Tschüss Vielen Dank.